Was ist der größte Liedländische Poet? Das meiste, was mir erzählt hat, als Mosche Kuhlbach, ein großer Liedländischer Poet, hat fünf Wände für seine geklebenen Schriften in Berlin. Er ist zurückgekommen in Flasche in Berlin, er ist zurückgekommen in Wilner und er war ein Lehrer in unserer Schule, ein Lehrer von jüdischer Literatur. Er war in einem kalten Tag, eiskalt, Schnee. Er hat geöffnet die Fenster und gegeben ein paar Groschen zu erinnern in der Klasse und gesagt, du geh und bring ein Hering. Er hat den Hering gebracht und Kuhlbach hat gesagt, dass er nur eins zerschreibt. Schnee und Hering. Ich verstehe es nicht, du darfst die Imaginatie spielen.